Peng, servus und hallo, schön dass ihr wieder reinschaltet, ich hoffe es geht euch gut, wir sind zurück in Train Sim World 3 und schauen uns heute mal das verfügbare Repaint Black Liner für die Baureihe 612 an im Creators Club zu finden, hier ist sie vom lieben Big To, Grüße gehen raus, vielen lieben Dank dafür und für die Visualisierung des Paints fahren wir einfach mal vom Abstellgleis nur rüber in den Dresdner Hauptbahnhof und ich stelle noch das Datum auf 1. Juli für bestmögliche Wetterverhältnisse. So, viel Spaß mit diesem kleinen Video, auf geht's! 200 Tonnen bei 4 Zugeinheiten bei 100 Meter Länge, eine Doppeltraktion und wir steigen auch gleich mal aus, blenden das hart aus und gucken mal drauf, so schaut das Paint aus, sehr spannend, sehr interessant, ihr wisst ich bin der absolute Hobby- und Line-Lockführer hier virtuell gesehen und mich stören damit Repaints auch nicht so zwingend, einige von euch werden natürlich mit dem Kopf schütteln, Ich ziehe mir sowas durchaus gerne mal rein, muss ich schon zugeben und die Black Liner Edition finde ich nicht verkehrt, wir haben sie uns schon auf dem ICE 1 angeschaut, hier auf dem Kanal auch verfügbar und das fand ich auch nicht schlecht, konnte man schon angucken mal und hier muss ich sagen, ist es genauso, finde ich nicht verkehrt. Also, Regio Swinger Powered by Diesel, The 612 Black Liner, Prototype 1997, ich weiß es nicht, auch hier das Logo, so BLR, finde ich ganz interessant. Black Liner Railroad, also warum denn nicht, Freunde, warum denn nicht, hier oben, das ist sicherlich auch gar nicht so einfach gewesen, hier das schön zu machen. Ja, gut, fahren wir die Gute mal rüber und schauen uns dann nochmal die Garnitur, die Lackgebung im bewegten Zustand an, den rein, den nach vorn, den, so, was müssen wir noch tun, ich glaube, genau, den Netzschalter ein, dann GST, kann man einschalten, auch wenn wir es hier jetzt für dieses Stück sicherlich gar nicht brauchen. Federbrecher, Federbrecher, Bremse lösen, brauchen wir nicht, den noch und dann checken wir noch ab, Signal, leuchten, Spitzensignale, gucken nochmal, prüfen, der Blick von außen, passt, sind wir schief? Okay, da wackele ich noch rum, GSD, GSD oder GST? GST, genau, ich glaube, wir können losfahren, wir schalten tatsächlich noch Sifa und PZB ein, der Vollständigkeit halber, auch wenn wir noch ein bisschen von außen spotten wollen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen oder ob wir tatsächlich auch auf diesem kurzen Stück eine Zwangse kassieren, genau, befreien. Und wir drücken schon mal Sifa und rollen hier mal ganz knapp gleich an der Kamera nochmal vorbei und gucken uns mal. Der Duty redet nochmal von außen an. Finde ich nicht schlimm, ich kann mich nur wiederholen. Hat doch was. Oder hat nichts? Also ich bin auf eure Kommentare gespannt, schreibt gerne mal was rein, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. So, 1,2 Kilometer bis Dresden, Hauptbahnhof, Gleis 12. Und eigentlich haben wir hier jetzt mal nichts zu befürchten. Schub nehmen wir trotzdem mal raus. Ähm, wir sind ja nicht im Fahrplan, von daher haben wir gar keinen Stress. Sifa. Ach, Freunde, was würde ich mich freuen, wenn wir schon wieder Sommer hätten. So nice. Schade, schade. So, das, das, das. Sind wir zu schnell, sind wir nicht. Können wir mal aussteigen. Na ja, muss gefallen. So, Zugverkehr. Uh, ordentlich Zugverkehr, schnell früh. Alles klö. Interessant. Und wir müssen gucken, dass wir nicht zu schnell werden. Klassische Falle hier unten. Jetzt wollte ich eigentlich die anderen Züge noch angucken, die an uns vorbeigerauscht sind. Nix da. Na gut, fahren wir weiter. Aufs Gleis 12. Kriegen wir hier nochmal was hin. So, der Black Liner fährt ein. Wir brauchen auch gar keinen Schub mehr geben. Hier steht auch schon viel zur Abfahrt. Eins, zwei, drei, vier Garnituren. Schön, schön. So, Leistung raus. Sifa. Und dann sind wir da. Solide gebremst, gell? Fertig. Ja, schön. Vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Schreibt es unbedingt in die Kommentare, was ihr von dieser Lackgebung haltet. Wenn noch nicht geschehen, abonniert unseren kleinen Kanal. Und ich hoffe, ihr seid gesund. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba. Der Checo. Servus. 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 Servus.